So, herzlich willkommen hier wieder auf der Pantelrosa beim Hans Samp. Ähä, sieht alles vollgekackt. Lustig, wa? Ja, ich sag mal, wir müssen uns jetzt mal wieder weiter drum kümmern hier. Also, das haben wir ja bis dahin gemacht, ja? Ach nee, ist das ein Kramper. Wir könnten ja jetzt da noch die Fronten machen da eben schnell. Ach, da geht nicht. Ich meine, das macht schon was her, ne? Äh, weiterlaufen. Ja, eigentlich habe ich gedacht, dass wir das da oben machen. Da komm ich wieder nicht ran, ne? Ah, ja. So ist das. Hier ist gestrichen noch. Meine sieht ja nicht schlecht aus, wa? Oder? Mal sehen, wie weit wir da rankommen. Keine Ahnung. Hier kommt man nicht hoch, ne? Sonst hätte ich ja gesagt, das ist gut. Hm. Wir müssen irgendwie da auf dem Dach kommen. Hä? Mal Auto hinstellen. Dann würden wir da auch auf dem Dach kommen. Hier haben wir ja nichts. Dich muss. Na, wau, 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 wau. Und da, wau. Damit haben wir ja nichts hin. Wau, 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 wau. Das war's. Das war's. Das war's. Das sieht doch schon gut aus, wa? Tja, wenn man das also wüsste, was man nicht wisst. Ja, ich muss das wieder aufbauen da oben. Warte mal. Die Lammen kommen ja auch noch da hin. So, dann bleiben wir anpinseln her. Hab ich da welche rangemacht? Ja. Da ist auch noch eine. Ah. Da muss ich hier... Das innen auch noch machen hier. Tja. Tja. Äh, das wollte ich doch nicht. Geht doch Alarm drauf. Tja. 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 ja gar nicht vorbei ja dann müsste ich das da oben genau so machen hinterher kann ich das dann weg kloppen wo ist denn das eine brett geblieben hier war noch eins war irgendwo liegen geblieben ich komme da nicht hoch scheiße also muss ich hier wieder erst unseren boden hinbauen mein mann mein mann zwei bretter sind überall jetzt komme ich erst mal da hoch ich will ja auch die trappe hier weg haben mein das ist schon mal und da komme ich nicht vorbei kommt da nicht vorbei ich komme da nicht vorbei ja ich brauche noch mal bretter dann versuche ich da drüben dazu zu machen wieder mann mein mann mein mann nützt nix wir müssen noch ein paar bretter holen noch zwölfer bretter am besten da war man allein Und guck mal, was wir da für Farbe noch machen können für das Dach von innen. Und guck mal, was wir da für uns? Warum höre ich? Ich bin so leise hier. Ich muss hier noch schnell laden. Ich bin so leise hier. Ich habe ja Geld genug. Das wollte ich eine andere Farbe machen. So, jetzt. Mal gucken, ja. Oh, das ist eine Helikadner. Die werden wir jetzt beigern. Eins, zwei. Ich bin so leise hier. 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 so einsteigen it's good site anything you heard of anything Okay. Ja und, hat ja schon wieder lange nicht geregnet, wa? Warte mal. Soll ich diesmal wieder renn fahren? Ja. Oder? Komm mal hier ran? Nee, komm mal hier ran. Na egal. Okay. Soll ich das nicht mehr machen? Ja. Ja. Tja, dann muss ich hier wieder was hin machen, dass ich überhaupt da hinkomme. Okay, wir brauchen ja nur Bodenplatten. Wir setzen die mal ein paar Ränder und dann werden wir ja weitersehen. Ich muss ja da hinten hinkommen, nützt ja nichts. Jetzt kicke ich mal auf das Bild nicht da. Das ist schon Ulgi. Na komm. Dann brauche ich nicht ganz... Moment. So, jetzt muss ich nochmal so ein Ding. Sonst komme ich da nicht ran da. Einsetzen. Nee, geht nicht. Tja, hier muss ich... Da ist ja auch noch eins. So, dann setzen wir eben dann nochmal was rein. Ah, was war denn das? Das war einmal hier. Hier, irgendwas, ne? So. Nee. Warum macht das nicht? Hallo? So. Ach hier, da steht ja am Wege. hier. Ich hatte immer Angst, dass ich hier... Da komme ich nicht ans Auto. Tja. Blöde, dass ich das nicht glaube. Da... Ach, der nimmt ja die auch nicht. Glas. Was? Haben wir hier noch Glas rumliegen? Gar nicht. Oder haben wir das alles auch gebraucht? Da ist das Glas. Ah, jetzt will ich das mal wirklich endlich fertig haben. Und ich hoffe, dass das auch klappen tut. Okay. Okay. Ich bin ja echt gespannt, was ich machen soll. Machen wir das jetzt so weit zu? Diesem Boden? Und nur diese beiden Öffnungen auf... Dann fällt mir wenigstens nichts zusammen. Das meine ich jetzt. Ich meine die... Das kommt sowieso weg. Die Trappe kommt hier weg. Ja. Da, siehste. Das will nicht. Das macht er nicht. Oh nein, wa? Da falle ich doch glatt drunter. Dabei wollte ich nur die... die Seite da weg haben. Ich mache jetzt das nochmal anders. Ich versuche es jetzt nochmal. So, dein... 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 Und dann braucht man wesentliches kaputt kloppen. Bin mal gespannt, wie... wie oft ich das noch machen muss. Ha! Das ist doch noch keine achte... ...verdammte Kiste. War hier nicht noch was in der Luft? Ich bin froh, dass da von dem Dach nichts runtergefallen ist. Aber ich hab... Ich hab die Trappen noch nicht weg, ne? So, so hab ich das gedacht. Sonst... So, so... So, so... So, so... So, so... So, so... Ach, da ist doch noch ein Brett. Ja... Wo bin ich das? Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn die... Dann bin ich ja hier nicht stehen lassen. So, jetzt ist das Back, ne? Hm. Ach, ich hätte es ja noch da anpinseln müssen. Jetzt habe ich ja umsonst das. Dann muss ich noch mal die Treppe bauen. Oh, nee. War, oder? Was ist denn das? Ich kann ja gar nicht so richtig sehen hier. Ich mach mal Licht. Ich hab mir das vorgenommen, jetzt fertig zu werden hier. Da hab ich eine Lampe vergessen zu streichen. Ah, ich spiel bitte, ist auch dunkel jetzt. Ich guck mal da, die Lampe muss noch blau gemacht werden. Kann ich das hier jetzt besser sehen? Ich guck mal erst mal in die Fensterrahmen, ne? Ich guck mal erst mal in die Fensterrahmen, ne? Ich guck mal die Fensterrahmen. Oh, da haben wir ja noch was von. Ah, da haben wir ja noch was von. Ah, ja. Na gut, ich guck mal. Wir sind richtig. Ich guck mal ein bisschen. Oh, da haben wir ja noch was von. Machen wir das jetzt? Dann haben wir hier noch Weiß zu machen. Was sieht denn da von außen überhaupt aus? Achso, da. Da ganz oben kommen wir nicht ran. Waaah, muss man auf dem Auto drauf gehen dann. Warte mal. Weil man da ja eventuell durchkicken kann. Dann waren wir da. Das ist bestimmt eine andere Farbe hier. Ja. War klar. Ich habe es befürchtet, dass ich die andere nicht mehr habe. Aber dann muss ich das nochmal tun. Mal schauen. Mal schauen. Dann nehmen wir das alles mal vor. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Okay. Ja, wenn ich jetzt hier ein Tor reinmache, also mit Raben, dann funktioniert er nicht. Aber ich kann ja gleich schlafen gehen. So, werden wir mal. Ah, komm. Jetzt tun wir erstmal die Farben aufsammeln. In dem Moment brauchen wir die nicht. So, haben wir alles? Haben wir das Glas auch mitgenommen gehabt? Ah ja, da, es ist da, ja. Ja, scheint so, dass es fertig ist. Was reicht hier eigentlich auch so mit der Helligkeit da? Ach, was Menopel, genau da, die Schilder hinterher noch. Aber wir haben es geschafft, endlich. Was ist denn jetzt das? Die vierte, die fünfte oder sechste, wa? Fünfte oder sechste Anlauf hier. Video. Das gibt es nicht. Ich entwickle mich nicht, dass ich das überhaupt noch schaffe. Das ist der Hammer. Ja. So, ich bin mal gespannt, wie man das... Ich habe das extra so großzügig gemacht, dass wir hier ein bisschen rangieren können. Ich könnte natürlich auch hier, äh, andere. Das stimmt ja. Wir gehen mal schlafen. Äh, das gibt doch noch... Hier die Stalltore da. Guck mal. Die Stalltore, macht ein Stalltor davor. Guck. Oh mein. Guck. Und es macht Licht. Oh ja, er kann schlafen. Guck. 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 Und es regnet immer noch. Wir haben ja noch Wölster. So ist das ja nicht. Ich bin gespannt, ob das passt. Bauen. Zäune. Gibt es noch andere Tore? Eventuell. Betten. Regale. Nee, nee, doch nicht. Hier. Wegen den Rampen. Ich mach das mal so. Ah, das wäre so gut, ne? Das zieht förmlich da ran. Da muss ich dann nochmal wegmachen. Muss ich die andere Seite zuerst hinsetzen. Na, komm. Hauptsache, ich komme da mit dem Dicken durch, ne? Dass ich damit... Na ja, hm. Ich weiß nicht. Ich komme nicht weiter daran wegen... Oder... Ich muss die Rampen normal setzen. Warte mal, wenn ich das von der Seite ausmache. Hm. Ich komme. Dann muss ich das Auto mal vorfahren. Kann ich mich da nicht hinstellen. Und jetzt erstmal hier. Das ist hier knapp da dran. Etwas zurück. Na komm. Ich muss ja wenigstens durchkommen. Das ist besser geworden hier. Das muss jetzt nicht angepasst werden. Müsste aber gehen. Okay. Halt, haben wir noch. Ach so. Muss ich jetzt mal wieder runter nehmen. Ja. Sieben Holzplanken. Ja. 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 Ist das jetzt angefangen? Ja. Ja, ich bin nur gerade so eingefallen. Ja, cool. Ach, da oben muss ich auch noch. Ob ich da mit dem Auto da rankomme? Ja, das ist vollkommen. Wobei ist es nicht. Halt! Das war ja nun ganz nun gar nichts. Das war ja nun gar nichts. Das war ja nun gar nichts. Ich muss überlegen, ob man die Fensterrahmen extra machen kann. Aber wie macht man die, wenn man die blau macht? Ich probiere mal. Nee, geht nicht. Ich dachte, man kann die Fensterrahmen extra machen. Gut, dann sind wir hier fertig. Okay. 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 So, jetzt bin ich da mal rein. Das hat doch ein Gesicht, oder? Man hätte auch bis da oben hin, dass man bis hier das auch blau macht, ne? Das wirkt das nicht ganz so blöd. Ich mach das mal. Aber... Ja, was ist besser, ne? Was ist besser? Machen wir mal einen Protagon. Machen wir dann da oben blau. Geht nicht blau. Wir werden es mal probieren. Dann müssen wir dann ja auch blau machen. Na. Jetzt gucken wir mal da in die Rande, ne? Und wie sieht das aus? Ich muss sagen, gar nicht so verkehrt. Dann müssen wir nur auf der anderen Seite auch noch hinfahren. Ja. Scheißkarre. Ja. Dann kommen wir da nicht ran, ne? Ja. Ja. Ich schieb den doch wirklich weg. Ja. 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 Ja, da gibt es das ganze. Ja. 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 Sieht nicht schlecht aus, ne? So, einsteigen. Ja, cool. Oder? Was sagt ihr? Ich mach noch ein Foto. Ach, zwei sind das geworden. Egal. Hab ich eigentlich hier in die Lampen angemacht? Einschalten. Das sieht doch ganz anders aus, ne? Ja, da hab ich versucht, hier so eine Lampe hinzukriegen, aber hier muss ich auch noch beschriften dann. Und auch noch, ja, die Farbe noch holen, eben. Hier hab ich noch nix drauf gemacht. Weil, da noch nix drin ist und ich noch nicht weiß, hier, da... Höhner? Der Höhner! Warte mal. Was wollte ich jetzt haben? Die andere Farbe, da, äh... Dieses komische... Hier, das, da. Ach, komm mal an, hier hab ich auch noch. Weiß. Ach, ja, eventuell brauche ich die ja noch, die weiße. Äh, stimmt ja. Ach, ja, äh, hab ich ja im Auto. So, was war das jetzt hier? Nicht Textfarbe. Äh... Streichen. Streichen. Aber, äh... Lassen wir dann mich nicht durch. So, jetzt... Ändern Textfarbe. Drücke ändern Textfarbe. Äh, sag mal, was ist denn, dass man scheiß... Ich sag ja. Schildname. Äh... Gewächshaus. Und... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, geil, 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 geil. Den kann ich dann hier nämlich zusammenpacken. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil, geil. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil, geil, geil. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil, 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 geil. Ja, geil. Okay. Aber wir haben unseren Gehase fertig. Gut. Doviel Anzug. Das wird ja eine Schlachtarie. Na toll. So, da haben wir erst mal die Gerade fertig gemacht. Ich bin ja froh, dass ich die endlich fertig hab. Meine Sorge will ja. So, dann bedanke mich für euer Interesse und verbleibe weiterhin euer Hans Damp aus Berlin. Ihr Teil voller Panderosa. Winke, winke, bye-bye, wenn's hier weitergeht.